So kommt man in Amerika wieder raus. Man muss einfach nur Taxifahrer werden, dann kommt man in Amerika raus, doch. Ach, okay, schade. Ich dachte, das wäre das Auto, was er uns geschenkt hat. Damit wir ein bisschen Geld für den Start einbringen können. Neuer Inhalt ist verfügbar. Vielen Dank, ja, ich habe den Alastischen Pass für unsere Crew gekauft. Äh, ja, fahre. Oh, das ist natürlich...